Was kostet eine Scherbe? Danach hat er dann 33, 23, 17, 7, hmmm... Wegen 3 Punkten eine Scherbe rauszuholen? Ich mach das mal so, äh, nicht verstärken... ... und meine... ... was ist denn meine? ... So... Waffen... ... verstärken... ... gucken, wo ist mein Schild? Oh, was? Das... ... kostet... ... Funkelt Titanit... ... und 2000 Seelen! Ui! Dann ist es ja gar keine Frage, dass ich das erstmal nicht hochbringe... ... dann ist es natürlich aber auch keine Frage, was ich hochbringe... ... den Bogen ein bisschen verstärken will, vielleicht auch nicht schlecht... ... aber ich erst mal das Schild... ... ähm... ... plus 2... ... mach ich das noch plus 3... ... dann mach ich meinen Bogen noch ein bisschen... ... ich weiß, ich mach's noch plus 3... ... so... ... das sollte reichen... ... äh... ... ich kann mich nicht auf... ... warte mal... ... äh... ... können wir noch ein... ... äh... ... äh... ... so... ... Rüstung... ... oder noch mal ein... ... Kittenrüstung verstärken... ... äh... ... äh... ... ähm... ... ich glaube ich habe nicht genug gesehen... ... nein habe ich nicht... ... und dann... ... das hatten wir auch... ... das hatten wir auch... ... neuner of us want to see you go hollow... ... ja das ist ein ziemlich starkes Vieh... ... ich glaube nicht dass wir mit meiner jetzigen Ausrüstung vielleicht schaffen... ... das könnte das einfach nur zu stark oder? ... oder? ... ich habe das ja auch noch zum... ... zum wegrennen gedacht... ... aber ich glaube eher... ... als Wächter... ... in dieser Position... ... nein... ... der ist noch zu stark... ... der Treffer... ... so wie er zieht... ... huh... ... zu stark... ... eindeutig... ... zu stark... ... so... ... äh... ... da hinten ist auch jedenfalls noch alles zu... ... ich werde erstmal noch... ... die Toche hoch machen... ... damit ich die Wege verkürzen kann... ... da hinten kann ich nämlich die Tore öffnen... ... und damit ich die Wege verkürzen kann... ... so ein klein wenig... ... ja... ... zack... ... weiter ein streich... ... zack... ... weiter ein streich... ... ... hier komme ich nicht lang... ... nein... ... das tue ich nicht... ... ich muss hier oben rum... ... Klimper, Klimper, Klimper... ... ich bin ein Fan von Kettenrüstungen... ... schweren Rüstungen... ... ... so... ... soweit so gut... ... ... jetzt hier unten noch ein bisschen... ... Radau machen... ... na... ... doch schon angelockt... ... so... ... helle Warte... ... genau das Ding... ... was ich hassen tue... ... weil ich... ... damit aussehen... ... den Schmied... ... bei meinem ersten Charakter angepiekst habe... ... ich trottel... ... und da... ... er... ... ja... ... dazu neigt... ... nie zu verzeihen... ... hab ich halt... ... diesen Charakter hier angefangen... ... Kellerschlüssel... ... da oben... ... das tut ein wenig weh... ... gleich mal ein wenig... ... geben... ... Reginalin... ... so... ... jetzt wo das Tor offen ist... ... und ich nicht immer so... ... Umwege hier rum laufen muss... ... hochklettern... ... dann das... ... besteigen... ... runter... ... laufen... ... drüber klettern... ... sch... ... ja... ... die kann man nicht irgendwo... ... behutsam runterspringen... ... kleine Scherbe... ... ich glaube... ... dich muss ich mal... ... öfters besuchen kommen... ... wenn du mir... ... jedes mal ne Scherbe gibst... ... verbuche ich das unter... ... den Teil von... ... praktisch... ... au... ... ein wenig... ... zu weit... ... und da hätte ich eigentlich... ... auch genauso gut... ... hier... ... rauslaufen können... ... aber da standet jetzt... ... zwei Meere am Weg... ... oh... ... ich dachte schon... ... ich fahr durch die Möppen... ... langschwert... ... au... ... mal sehen... ... ob ich den Ritter daumen... 3x Energie schlagen kann. Hier ist die Nachricht, dass hier oben einer steht. Au, das ist nicht so ein Ritter wie von früher. Das ist ja eigentlich ein ganz anderer, oder? Ja, der haut von oben immer zu. Trotz Schild, Block, kriege ich Fall 1 auf die Noss. Da hat es mich leider erwischt. Und ich sag mal soviel, ich mach an der Stelle erstmal hier Schluss. Ich werde mir nur noch meine Leiche zurückholen und dann genau hier an derselben Stelle wieder weitermachen. So, dann werde ich eigentlich da hochgehen und die dumme Glocke läuten. Und ihr werdet dabei sein, wenn das passiert. Ich sag nochmal soviel, bis zum nächsten Mal. Und bleibt dran!